Der liebe Itztrolex schreibt, wenn du an der Stelle mein Intro mit 20 Effekts einpackst, komme ich zu dir und rasiere dich. So Leute, was geht ab? Jetzt willkommen zu dieser kleinen Folge Community Time. Diesmal ist eine Sache anders und zwar habe ich nicht mein Handy heute zum Kommentare lesen, weil das ist aus, wie ihr seht. Und ich komme gerade erst wieder und ich sollte diese Kopfhörer weglegen und dann ging das schlecht. Deswegen lese ich heute von meinem Bildschirm ab. Ich lese es dann von ganz unten, weil immer die, die als erstes schreiben, kommen auch als erstes dran. So, da schreibt nämlich der liebe TheBasherHD, erster Kommentar, 360p, nice YouTube. Ja, finde ich auf jeden Fall auch ziemlich geil. Definitiv nein. Dass YouTube so übelst nice schnell bei der Verarbeitung ist. Definitiv nein. Hier haben wir eine lange Frage von GamerKing und zwar schreibt er, wie groß bin ich? Ich bin 1,58 Meter groß. Ich bin 13 Jahre alt. Was machst du in deiner Freizeit? Ich mache gerne Tennis. Außerdem, was mache ich noch? Ich fahre gerne Longboard. Schneide Videos, mache gerne Designs in Photoshop, was weiß ich noch alles. Was esse ich am liebsten? Ihr kennt ja wahrscheinlich nicht, das sind so Thunfisch-Nudeln. Schmecken saulecker. Welche Schule gehe ich? Sorry, ich sage leider nicht, in welche Schule ich gehe, weil dann könntest du für mich herausfinden, wo ich wohne. Und na, das will ich nicht. Und ich gehe in die Klasse 8. Ich möchte, was möchte ich arbeiten? Auf jeden Fall irgendwas im Medienbereich. Und ja, wann muss ich für die Schule aufstehen? Ich stehe mal um halb sieben auf und schaue keinen Fußball. Och, halt doch dein Maul. Ich schaue keinen Fußball und zehntens die beste Frage. Willst du mal, mal WeLive-Videos machen? Ich weiß nicht, was WeLive-Videos ist. Keine Ahnung. Der liebe Jan schreibt, weil ich sehe so auf Twitter, dass Community-Time hochgeladen ist. Und ich dachte mir nur so, endlich, ich freue mich immer auf deine Videos noch weiter so. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ich werde auch immer so weitermachen. Nur es kommt dann eine kleine Sache, die ihr dann auch machen müsst. Und das werdet ihr aber im nächsten Video dann erfahren. Der liebe SkipNationPvp schreibt, Gott, Mo ist ein pinkes, flauschiges Einhorn. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Ah, alles klar. Der liebe Let's Plays mit MCVPVW und Texturen schreibt, du hast gesagt, heute streamen. Leute, heute streamen 2015. Bitte rufen mich nicht bei Skype-Bach. 2015 und ja. Dann schreibt der liebe Zandex HD, Baum, Kohl, Blumen, Pflaumen, Pflanze, Paprika. Man sieht, es ist Obst im Haus. Der liebe Pyrop schreibt, ich liebe alle deine Videos. Wenn du ein Shirt-Tube-Pullover hast, werde ich mir als erstes kaufen. Was ist bitte ein Shirt-Tube-Pullover? Dann schreibt der liebe Marius, hast ein Like und Abo, bleibt natürlich. Lass mal wieder zusammen was aufnehmen. Und Tim Rebentix richtig trollen in diesem Video. Ist auf jeden Fall eine gute Verarsche, wenn ich jetzt sage, ach du Scheiße. So, der liebe Reeps-Filp schreibt, er hat noch geschrieben, dass Wasser nass ist. Ey, Reeps hat ein neues Profilbild. Hey, das sieht voll geil aus. Auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall toll, dass du das Profil machst. Gefällt mir. Der liebe Itztrolex schreibt, wenn du an der Stelle mein Intro mit 20 Effekts einpackst, komm ich zu dir und rasier dich. Ja, dir, 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 du, du bist sogar... Ja, dir, 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 du bist sogar... Ja, dir, 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 du bist sogar... Ja, dir, 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 dir... Ah, alles klar. So, der Noor 9877890... Oh. 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 15 Gigabyte. Müll auf mein PC. Danke, CC Cleaners. du mich damit nervst. Auf jeden Fall schreibt der liebe Frederik Scheib, mega geiles Film heute. Ja, auch heute Abend noch mal auf den Guck vorbei. Der liebe Halimund schreibt, könntest du vielleicht mal alleine deine Spieler, die du vorstellen oder kannst du mal wieder vloggen? Es wird mir so oft gesagt, ich soll einen Vlog-Kanal aufmachen, aber so richtig Bock darauf habe ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich irgendwann richtig, weil ich kann nicht. Ich habe irgendwann richtig Bock auf eine Sache und dann werde ich das jetzt bereuen, dass ich das jetzt sage. Also, es bleibt alles offen. Faceim schreibt, wie lange sitzt du am Steinen? PS-Cool-Cuts. Ich sitze zwei Stunden am schneiden und ungefähr eine Stunde am aufnehmen, weil meistens das jetzt gerade nicht funktioniert, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich ist es irgendwas unscharf oder was, weiß ich, und dann muss ich das alles noch bearbeiten. Und ja, der liebe Sylvia Croc schreibt, du hast meinen Kommentar nicht gelesen. Jetzt habe ich es gelesen. Und der liebe Sylvia Croc schreibt außerdem noch, nee, ich lese immer nur eins vor. Das SkipNationPvP schreibt, hallo, ich heiße Tobi, bin sieben und buddel gerne. Nicht ernst nehmen. Alles klar. Die liebe Mümmel007 schreibt, geiles Video, mach weiter so. Auf jeden Fall danke. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Und der liebe Centroloch schreibt, wie alt warst du mit neun Sekunden? Ich denke, 9,5 bei Bertha Karl-Anfurtz. Alter, was? Der liebe Sterix HD schreibt, hey Moritz, macht echt coole Videos. Hast du mal einen Bock mit mir zu skypen? Wäre echt nice. Ja, können wir gerne mal machen. Erinnert mich auf Skype Moritz Gamed. Der liebe MC Edeljoker schreibt, ich möchte die Parade voll geistreiche Schnorrer. Insider, Insider. Ich mag deinen Shader. Wie heißt der? Das ist der Seuss Ultra Shader und den, ja, den könnt ihr ganz einfach runterladen. Link ist nicht unten in der Beschreibung, weil ich einfach zu faul bin. So Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Posi... Dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei bei Community Time und bis heute Abend zum Stream und tschau Leute!